Ja, das Spiel ist jetzt gerade zu Ende gegangen, es sollte jetzt zu Ende sein, weil da steht keine Nachspielzeit mehr. Heute gegen Real Betis, 2 zu 0 gewonnen, das erste Italienisch, ja, ist auf voll Italien und ist auf voll Antio Gomettoi, auf voll Italienisch, ich bin komplett los. Heute hat der dritte gegen den zwölften gespielt, der dritte ist auf jeden Fall der bessere in die Partie gewesen, weil sie werden ja nicht umsonst dritter. Gewonnen hat natürlich der dritte mit 2 zu 0, Tore sind in der 56. mit Ocampos durch die Elfmeter, dann hat Ocampos Vorlage für Fernando gemacht, in der 62. generell war eigentlich besser Ben Ficker im generellen, aber gewonnen hat trotzdem Sevilla, dadurch ist Sevilla jetzt Platz 3 mit 50 Punkten und Real Betis halt Platz 12 mit 3 und 30 Punkten, sind halt weit vom Abstieg entfernt, sind 13 Punkte, ich glaube, das sollte man nicht so schnell aufholen. Dadurch hat die Band Ficker elfmal verloren, viermal entschieden gespielt und viermal gespielt.